Hoi, das ist Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com. Heute geht es um die Wurst. Welches ist die beste Wurst der Welt? Gut. Besser. Am besten. Gern haben. Lieber haben. Am liebsten haben. Wienerli sind gut. Wienerli. 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 Aber Kalbsbratwürste sind die besten. Ich habe sehr gern Wienerli. Er hat lieber sehr wollen. Sie hat am liebsten Kalbsbratwürste. Wir sind eine Nation von Fleischfresser. Welche Wurst hast du lieber? Ah, das ist mir Wurst. Ich habe generell lieber Gemüse. Und. Ich habe letztes. Ich bin christ. Und. Ich bin christ. Aber. Und. 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 Besser. Am besten. Garen hau. Lieber hau. Am liebsten hau. Ah, das ist mir Wurst. Das war sie von swissgermanonline.com.